Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Leech of Legends Biatch Ja Last War Prodigy So Ja, wir sind halt wieder da Und wir haben eine Lissandra im Team Die wir sogar kennen Krass Und das hat nichts damit zu tun, dass die Aufnahme erst Donnerstag und Freitag ist Und ja Ja, ja, heute ist heute Donnerstag und Freitag Nee, heute ist eigentlich Sonntag Nach der Jugendweihe Ja, darum klinge ich vielleicht da so verschlafen Oh ja, aber alle Ja, er da war am Stausee, ich nicht Weiß ja eh keiner, wo der ist Zeit nur der Stausee Insider kennen ihn, ich mach mal mein Fenster zu Krass Sonst zieht's Und ja Wir haben dann fail Teamro Supporter Ansonsten ist das Team gut aufgebaut Und das Gegner hat auch nicht so ein totales Inbar-Team Ich frag mich, ob die sich rumgestritten haben, wer von denen in die Mitte geht Pfff Weiger, eindeutig Hätte ich jetzt auch schon Vor allem stört mich schon jetzt, die scheinen keinen Jungner zu haben Also vielleicht Nocturn, aber naja, der hat keinen Smite mit Kannst du mal sehen Kann also keinen Buff mal schnell bei uns stehlen? Da sind wir wirklich schon mal vorsichern, ne? Das ist gut Ich spiel mal wieder Miss Fortune Oh ja Und ich nehm Fiora, weil ich grad eingespielt bin In etwa In etwa Heute mal schön gefiedelt gewesen, ey Full-equipped, die anderen nicht mal zur Hälfte Das ist schön So Trotzdem verloren Noobs halt Aber ich hatte halt fünffach irrenhafter Gegner Das ist fies Das geht doch Oh Gott So, das Spiel durfte dann auch gerne anfangen Da hätte ich absolut gar nichts dagegen Hm Du Maus, ist alles richtig? Hm, ich muss aufpassen Ich weiß nicht, ob meine Maus vielleicht durchhält Ich hab sogar noch ne Ersatzbatterie hier drin Ich auch Weil ich hab mal aus einem Spiel gelernt Da war meine Maus fast leer Und immer, wenn ich gerade mitten auf der Lane war Fast eingetötet hab, war die Maus aus Alter, meine FPS schwanken Das geht gar nicht Aber überhaupt gar nicht Nicht stabil Nicht stabil Not a problem Die Sounds sind so leise Oh Immer noch Die wollen ja wahrscheinlich Hilfe am Red Buff haben Dann machst du das Würde ich mal so behaupten Das hört sich schon besser an Aber auf eins freu ich mich schon Wenn die Lysandra mal zum perfekten Moment ihre Ulti im Teamfight feuert Das wird zu perfekt Oh, das ist jetzt zu laut So, jetzt geht's aber Bevor so ein Spiel angefangen hat, weiß man ernsthaft kaum, was man erzählen muss Das muss man mal sagen Die Moderation bis dahin ist immer recht blöd Ich muss jetzt den Sound anpassen, weil ich den immer anders anpasse, wenn ich jetzt Skypen tue Ja Was geht mir jetzt ab? Ich lauf mal hier drüben Und wo ist der Timo? Oh, Alter! Hab schon voll das Gebäsch abbekommen Und ich hab natürlich ne Double Top Was ist denn mit dem Facken Timo? Mit asozialen Charakteren Wieso muss ich asoziale Charaktere abkriegen, ey? Hm, toll Kann sein, dass die irgendwie ein bisschen was abgeschwächt haben Ich hab Blenden-Foldro abgekriegt Ich spiel ja grad Solo, ne? Äh, ja, das war jetzt voll die Logik Der ist da voll nach Logik gegangen Hat sich reingeblitzt? Oh Gott, du kannst hier unten gar nicht richtig zocken, weil du alleine spielst Ja, wo ist denn der Timo? Das, oh, oh, oh Das kann ich im Ernst Doch Oh Mann, ey Ist schon wieder eines dieser Games, die ich gar nicht leiden kann Nämlich so richtige Fail-Games Ja, Mann Das geht nicht Du kannst nicht mal richtig schön dich feeden, weil da unten gleich die ganze Scheiße abgeht Vor allem spielst du Solo-Bot, dann spielen wir Solo-Top Einer jungelt, einer spielt Mitte So Wie wollen wir jetzt richtig spielen? Am besten gar nicht Und die blocken hier meinen Farm, ey Das, das ist das Dämlichste Bei mir aber auch Die sind nicht ganz so Behindert Das musste sein Ach, du scheiß Timo, ey Kannst nicht mal richtig fahren Ich kann da nicht richtig reingehen Mann Toll Das ist halt meine schöne Opferbereitschaft, die ich immer hab Die muss man haben Ich muss wirklich sagen, ich denk mir, der immer haut drauf, den haust du noch weg Anders kannst du ihn nicht spielen Und dummerweise kriegen sie einen dann meistens auch noch mit Ja So, und jetzt muss ich fahren So, und jetzt muss ich fahren Ach, fuck you einfach Timo Ach, der, der riecht mich voll auf Ah Dieser Timo, ey So, das Blödestste für mich ist halt Ich kann nicht wirklich drauf gehen Wenn dann letztendlich irgendwie ein Nocturne kommt Und mich dann nach umhaut Ich mach jetzt mal was Aber das mach ich eigentlich nur, damit ich länger auf der Lane jetzt bleiben kann Mal gucken Timo, verpiss dich von meinen Tower Und unser war immer noch AfK Nee, jetzt ist er da Hm, schön Na? Wieso geht er in der Mitte? So, Ulti Ja, klar, ich hab auch meine Ulti inzwischen, aber kein Mana dafür Das geht nicht Ich muss Leben regenerieren So Einfach mal aufmerksam darauf machen, dass ich breit weggehe, dass hier vorsichtig ist Und nun ja, so kaufen Ich kann nicht richtig irgendwie hier halten, weil So, eins ist mir auch mal ganz toll an Lissandra Solti aufgefallen Nämlich, dass die Form Dieser gefrorenen Formation da Man abhängt, was der Charakter ist Zum Beispiel bei ihr ist es halt so ein großes Y Aber alle Formen kenne ich nicht Oder ob es halt nur zwei sind Nur mal lustigerweise anzumerken Nein! Ja! Vielen Dank.